Wir haben ja schon viel von Nicki Minaj gesehen, aber hier zeigt sie sich oben ohne. Die extravagante Rapperin veröffentlichte dieses Bild auf Instagram. Sie befindet sich in einem Umkleideraum und hält ihre Hände vor ihre Brüste. Und zum ersten Mal fallen ihre Haare gar nicht auf. Nicki mag es gerne, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Wir haben sie bereits in ziemlich komischen Outfits gesehen. Manchmal ist es einfach nur ihr Verhalten, das für Verwunderung sorgt. Nachdem Nicki einige Auseinandersetzungen mit Mariah Carey in American Idol hatte, wurde sie noch mehr ans Rampenlicht gezogen. Danach wird berichtet, dass Nicki mit ihrer Kollegin auf der Bühne von den kommenden Bad Awards stehen wird. Wir wetten, bei den Awards wird sie sich mehr anziehen. Das ist mir ganz schön. heutin